Und dann kommen wir zu dem Ultrastar Michael Kühnen aus den 80er Jahren. Kühnen war teilweise so populär, er hatte seinen eigenen Gruß, das ist so eine Art, das sehen Sie auf dem Buchcover mit diesen Fingern und so. Also manche machen heute noch diesen Kühnen-Gruß. Und Kühnen war verbunden mit all den anderen wichtigen Top-Neonazis. Und 1977 gründete er mit zwei anderen Rechtsextremisten eine Unterorganisation, der von Gary Law gegründeten, also amerikanischen, von Gary Law gegründeten Neonazi-NSDAP-Aufbauorganisation namens SA Sturm Hamburg. Also man diente sich den Amerikanern an und diese Ösis und Deutschen, die klemmten sich dann an die Amerikaner dran, obwohl die amerikanischen Neonazis total infiltriert waren, obwohl die amerikanischen Neonazis total infiltriert waren vom FBI. Und dann entstand hier dann daraus die sogenannte Organisation Aktionsfront nationaler Sozialisten ANS. Und Kühnen wurde schnell zum führenden Kopf der militanten deutschen Neonazis-Szene. Zu den Anhängern von ihm gehörten Thomas Brehl, Wehrsportgruppe Fulda, Christian Worch, Gottfried Küssl. Und Küssl war ja auch so ein Obernazi und dem lief ja ein junger Martin Zellner hinterher. Und dann gab es ja dieses geplatzte Projekt, es gab diese Neonazi-Webseite, die man in Amerika hosten ließ, eine Webseite für Österreich. Und es gab natürlich einen Spitzl in der Gruppe und der Spitzl verriet dann diese Webseite, diese Sache an die österreichischen Behörden. Die machten eine Monster-Razzia und Küssl und andere wurden dann festgenommen und verurteilt. Und der ein oder andere Ermittler verdächtigte damals auch den jungen Martin Zellner. Also gab es dann die Vermutung, dass Zellner da auch involviert war. Aber Zellner kam dann irgendwie davon. Und gründete dann die Identitären angelehnt an die Generation Identitaire von den französischen Rechten. Und die französische Rechteszene ist auch komplett unterwandert von den Geheimdiensten. Wir hatten ja schon mal ein bisschen mehr dazu gemacht in Bezug auf die Front National und andere Gruppen, aus denen die Front National hervorging und so weiter und so fort. Sehr interessantes Thema, da muss man definitiv mehr forschen. Und jetzt hier dann ganz interessantes Zeug in diesem Buch über den Star Michael Kühne. Als er mit 27 Jahren aus vierjähriger Haft entlassen wurde, wegen Volksverhetzung und so weiter, holte ihn ein Taxi ab. Also er hatte die geringste Strafe bekommen von den Angeklagten. Kein Terror wurde ihm vor Gericht nachgewiesen. Und dann holte ihn dieses Taxi ab und die Stasi beobachtete das. Die Stasi war überzeugt, er arbeitete für den Verfassungsschutz. Er bekam vielleicht eine milde Strafe oder Haftverkürzung als Teil eines DIRT. Und die Stasi war überzeugt, das Taxi gehörte zum Verfassungsschutz. Und die Stasi hatte noch weitere abgehörte Infos zu der Angelegenheit. Und die Stasi hatte zwei Agenten im Landesamt für Verfassungsschutz in Niedersachsen. Und aus all diesen Quellen bezog die Stasi ihre Infos und war dann hier überzeugt, dass Kühne hier für den Verfassungsschutz arbeitete. Und ich meine, da muss ich ja mal reinversetzen in so einen knapp 20-Jährigen, der dann irgendwie halt erwischt worden ist. Und dann dauert es, bis halt dann der Prozess kommt. Und der Prozess zieht sich hin, Urteilsverkündung, vielleicht Revision und bla 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 bla. Und dann wirst du nach einer ganzen Weile eingeknastet und dann hockst du da noch vier Jahre in Haft. Also viele haben dann einfach keinen Bock mehr auf irgendwie den nationalen Befreiungskampf oder irgendwelche solche Sachen. Und knicken dann einfach ein und lassen sich dann rekrutieren vom Verfassungsschutz oder von irgendwelchen anderen Diensten. Und die Stasi konstatierte natürlich zusätzlich, die rechte Szene Westdeutschlands ist in hohem Maße von Sicherheitsorganen durchsetzt. Wir wissen ja, wie die rechtsextremen Kreise versucht haben, die AfD zu unterwandern. Ja, an allen möglichen Ecken und Enden und auch die Stasi, also übergebliebene Stasi-Netzwerke und andere Geheimdienstnetzwerke versuchten dann auch heftigst, die AfD zu unterwandern. Und ich denke, der Verfassungsschutz versucht, die AfD zu unterwandern. Und die Franzosen versuchen, die AfD zu unterwandern. Und, 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 und. Also, und Kühnen wurde dann als schwul geoutet. Er verstarb an AIDS. Vielleicht hat ihm jemand auch AIDS verpasst. Kühnen war nach seiner Entlassung damals nicht belangt worden für Verstöße gegen Auflagen. Also es wird auch als Hinweis gedeutet, dass er für einen Dienst arbeitete und geschützt wurde. Und auch der Stasi-Agent HEP von dieser HEP-Kexler-Gruppe, also diese revolutionäre Nazi-Terrortruppe, total unterwandert von der Stasi-Agent HEP in der rechten Szene, hielt diese ANSNA-Organisation für durchsetzt mit V-Leuten westlicher Dienste, also Verfassungsschutz. Und die Stasi überwachte halt Kühnen auch dauernd und den Verfassungsschutz. Man observierte ein Treffen zwischen Kühnen und einem Verfassungsschutz-Typen. Und dann Jahre später in einem NSU-Prozess sagte ein führender Neonazi und V-Mann des Verfassungsschutzes aus, dass er von Kühnen gefördert worden war. Es ergibt sich dann die Frage, wieso traute ihm Kühnen damals so schnell und warum konnte dann der V-Mann so schnell in der Szene aufsteigen? Und das geht immer so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und niemand spricht wirklich drüber auf einem hohen Niveau. Niemand spricht da so richtig drüber. Obwohl das die entscheidende Front ist. Die entscheidende Front ist die geheimdienstliche, die für die meisten unsichtbare Front. Also hier so zentrale Mantras, die man verinnerlichen muss. Eine Partei, die infiltriert wurde, arbeitet nicht im Interesse der Wähler. Wenn man diesen Geheimdienstkampf verliert, dann ist eine Partei auch verloren. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht das Todesurteil sprechen über die AfD. Ich will jetzt nicht den Leuten einfach den Wind aus dem Segel nehmen und Leute demotivieren oder Leuten irgendwie einpflanzen. Oh, es gibt keine Hoffnung. Man kann ja nie was erreichen. Nö, ganz im Gegenteil, meine Damen und Herren. Lernen Sie Geheimdienste. Lernen Sie, wie die Supermächte funktionieren. Lernen Sie über die Psychologie des Bösen. Und dann stehen Ihnen die ganzen Möglichkeiten offen. Also wie gesagt, es können genug anständige Leute in die AfD oder in irgendwelche anderen Parteien. Es können genug clevere, anständige Leute in die Politik reingehen und da richtig was reißen. Aber man merke sich, eine Partei, die richtig heftig infiltriert wurde, arbeitet nicht im Interesse der Wähler. Es zählen eben nicht nur Wahlergebnisse und Social-Media-Klicks. Nächstes Mantra. Geheimdienste zielen auf Kontrolle ab. Die Ideologien sind nur Mittel zum Zweck. Dann, nur weil jemand deine Gesinnung teilt beziehungsweise sagt, was du hören willst, ist derjenige noch lange nicht vertrauenswürdig. Es braucht wesentlich mehr für Vertrauen. Dann, ein Agent oder eine V-Person muss nicht einmal unbedingt wissen, für welchen Dienst er oder sie arbeitet und muss nicht einmal wissen, dass er oder sie für einen Dienst arbeitet. Dann, ausländische Dienste machen in der Bundesrepublik, was sie wollen. Man hat es nicht nur zu tun mit dem kleinen Verfassungsschutz. Und der Verfassungsschutz ist auch nicht nur dazu da, hier so einen Stempel aufzudrücken, so ein Stigma aufzudrücken, die AfD sei irgendwie dies und jedes. Da geht es um viel, viel mehr und um viel, viel mehr Dienste. Dann, je mehr jemand früher in Extremistenkreisen verkehrte, umso höher ist das Risiko, dass derjenige von einem Dienst rekrutiert wurde. Gibt natürlich aber auch andere Möglichkeiten, jemanden zu rekrutieren. Irgendwelche Sexgeschichten, anderen Erpressungen und so weiter. Und dann, ja, bei der AfD haben sich insbesondere im Osten Figuren wie Kalbitz durchgesetzt, der bei zahlreichen einschlägigen Gruppen dabei war, die notorisch von verschiedenen Geheimdiensten unterwandert waren. Also dann leider eine einzige verdeckte Aufnahme von vor 20 Jahren könnte sich theoretisch heute noch als desaströs erweisen. Auch entdeckten die schleimigen Massenmedien viele Büromitarbeiter von AfD-Politikern mit rechtsradikaler Vergangenheit. Und jedes Mal erklärten dann die AfD-Politiker dazu, dass man mit dem betreffenden Büromitarbeiter ein klärendes Gespräch über diese Jugendsünden geführt habe und dass damit alles erledigt sei. Also man erfährt dann in den Statements nicht, ob der Büromitarbeiter dahingehend gründlich überprüft wurde, ob er ein Spionagerisiko darstellt und von einem Dienst vielleicht gezielt an die AfD herangespielt wurde. Mit Vertretern aus dem Osten oder möglichen Zwischenhändlern geben sich AfDler ja besonders gerne ab. Auch Leute mit einer Vergangenheit als Stasi-Offiziere sind in der AfD als Politiker willkommen, solange sie eine rechte Gesinnung behaupten. Und die Ibiza-Affäre um Gudenus und Strache hat ja gezeigt, dass ein einziges Video ausreicht, um Karrieren zu zerstören oder zumindest stark auszubremsen. Und das Ibiza-Video war noch gar nicht mal sonderlich krass. Wir haben allerdings noch nicht alles davon gesehen. Also, hören Sie auf mit diesem Nazi-Scheiß, hören Sie auf mit irgendwelchen Gröl-Rock-Konzerten und Besäufnissen. Lernen Sie Geheimdienste, lernen Sie, wie die Supermächte funktionieren und so weiter und so fort. Lassen Sie mal diese immer gleiche rechte Propaganda links liegen auf YouTube. Nehmen Sie ein paar gute Bücher in die Hand. Also ein einziger Agent oder Asset in einer Führungsposition der AfD kann dann weitere Geheimdienste in die Partei nachholen, ganze Ringe aufbauen, Konkurrenten sabotieren und halt eben dann durch gewisse Sprüche und Slogans den Vorwand liefern für noch mehr geheimdienstliche Aktivitäten. Dann, äh, Kalbitz. Ein bisschen Kalbitz näher angeguckt, der jetzt hier ein noch größerer Star geworden ist in der AfD. Also man handelt ihn teilweise schon als kommenden Bundesvorsitzenden oder weiß ja gar nicht was. Und dann kamen zum Beispiel dann hier diese, im Vorfeld natürlich schon vor dem Wahlkampf, im Vorfeld, im Wahlkampf kamen die GEZ-Medien, also das Kontraste-Magazin und so. Und die recherchierten mit Hilfe der Zwangsgebühren, dass Kalbitz hier offenbar als 20-Jähriger im Juli 1993 an einem sogenannten Sommerlager des rechtsextremen Vereins die Heimat-Treue-Jugend e.V. teilgenommen habe. Das meint zumindest der Verfassungsschutz in einer Akte, was so viel heißt, dass man wohl einen oder mehrere Spitzel hatte bei diesem Sommerlager. Der Verfassungsschutz, der wegen dem Trennungsgebot von Geheimdiensten und Polizei keine Verhaftungen durchführen darf, ließ die thüringische Polizei das Sommerlager durchsuchen und nahm dann die Personalien von Kalbitz und den anderen auf. Und hier heißt es dann in der Presse, laut Dietwald Klaus soll Kalbitz damals einer der härtesten gewesen sein. Das wirft jetzt die Frage auf, wenn da ein Spitzel drin war mit einem Tonbandgerät oder versteckten Kamera und so, wen wird der Spitzel dann wohl am ehesten abgehört haben? Also für wen interessiert sich der Spitzel dann wohl am meisten? Natürlich für die härtesten, für die krassesten Leute in dieser Gruppe. Also hatte der Verfassungsschutz und hat der Verfassungsschutz immer noch Ton- und Bildaufnahmen Ton- und Bildaufnahmen von damals, von dem Inneren des Sommerlagers? Weil ohne Bild- und Tonmaterial hätte man wohl kaum die Razzia genehmigt bekommen. Was ist jetzt, falls ja, rein hypothetisch, was ist dann konkret von Kalbitz zu hören und zu sehen auf den Aufnahmen? Und dann dieser Verein nannte sich später um, wurde verboten. Das war dann, der Verein war eh eine Abspaltung gewesen von einem anderen, von anderen Organisationen. Und diese ganzen Organisationen hängen alle zusammen, auch mit österreichischen Organisationen, die dann auch verboten wurden, wegen NS-Wiederbetätigung. Und zu diesem Zirkel, also Bund, Heimat, Treue, Jugend und so, zu dem BHJ zählte auch unter anderem der Neonazi-Terrorist Ottfried Hepp, also dieser Neonazi-Terrorist und inoffizielle Mitarbeiter der DDR-Stasi. Der flüchtete dann ja vor Interpol mit Hilfe der Stasi in die DDR und verriet alle möglichen weiteren Informationen über die gesamte Neonazi-Szene der Bundesrepublik. Dann bei den Veranstaltungen des Bundes Heimat, Treuer, Jugend hielt auch David Irving Vorträge, dessen Forschungspartner der Schwager des britischen MI6-Geheimdienstchefs war. Und dann zu den weiteren bekannten Mitgliedern dieses Freibundesrechten, Freibundes, zählt nach Recherchen von Sebastian Lipp auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Alternative für Deutschland im Bundestag, Peter Felser, der auch in den neurechten Medien sehr aktiv ist. Und das ist im Nachhinein immer schwer zu klären. Also meistens wird dann gesagt, naja, da hatte man nur mal vorbeigeschaut und man sei dann irgendwie zufällig irgendwie bei so einer Veranstaltung gelandet und sei dann ganz verwundert gewesen und dann sei man wieder gegangen und so. Und dann gab es noch in diesem Vereinsumfeld Heinz Lembke, der mit den Wehrsportgruppen herummachte. Seine geheimen Waffendepots kamen ans Licht mit automatischen Waffen, haufenweise Munition, Panzerfäusten und Sprengstoff. Kurz vor seiner Aussage vor Gericht fand man ihn erhängt in seiner Zelle, wie praktisch für manche Leute. In Stasi-Akten wurden abgehörte Funksprüche aufgefunden, in denen der Bundesnachrichtendienst eine ominöse Gruppe 27 anwies, Materialverstecke anzulegen. Also deswegen auch die Vermutung hier von der Stasi-Lempke könnte Mitglied der CIA-BND-Gruppe Gladio gewesen sein oder was von das Vergleichbarem. In Spuren-Akten zum Oktoberfest-Attentat steht der Vermerk Erkenntnisse über Lembke sind nur zum Teil gerichtsverwertbar und solche Vermerke kommen normalerweise nur vor bei V-Leuten oder anderen Mitarbeitern von Geheimdiensten. Dann berichteten die Medien, dass Kalbitz, der AfD-Spitzenkandidat in Brandenburg, 2007 zu einem Neonazi-Aufmarsch nach Athen gereist sei und sich mit 13 anderen deutschen Rechtsextremisten in einem Hotel einquartiert hätte. Darunter NPD-Chef Udo Feugt. Spiegel bekam ein Dokument dazu aus BKA-Kreisen. Auf Anfrage bestätigte Kalbitz, in Athen gewesen zu sein, distanziert sich aber von allem, was da irgendwie seine Karriere gefährden könnte. Und klar, das ist das rechte Wählerklientel. Die sind schon so frustriert von den Massenmedien und so angekotzt von den Massenmedien, dass sie da gar nicht mehr richtig hinhören. Also denen ist vollkommen scheißegal, wenn der Spiegel an irgendwas berichtet im Wahlkampf oder das Magazin Kontraste oder sonst. Das ist dem rechten Wählerspektrum inzwischen ziemlich wurscht. Also das wird dann kaum noch zur Kenntnis genommen und schon gar nicht richtig eingeordnet. Also viele AfD-Wähler oder manche, einige AfD-Sympathisanten, die kennen auch gar nicht so richtig die ganzen krassen Verbindungen von so manchen AfD-Politikern. Also da hört man gar nicht mehr richtig hin und weiß dann auch nicht mehr unbedingt, wie krass das Problem denn tatsächlich ist mit einzelnen Extremisten in der AfD. Also es versperrt so ein bisschen diese Taubheit, diese Ablehnung der Massenmedien, sorgt dann auch für ein gewisses Maß- und Realitätsverlust, weil man einfach dann wichtige Informationen gar nicht mehr aufnimmt. Und das wissen auch, denke ich, die schlaueren Leute bei den Massenmedien und bei den Geheimdiensten. Und es wird dann auch von den AfD-Wählern oder AfD-Sympathisanten noch keine richtige Bewertung vorgenommen von diesen Informationen. Ich meine, es ist mir wurscht, ob das jetzt ein BKA-Dokument war oder ob der Spiegel das dann irgendwie in die Finger bekam, zugesteckt bekam bei Pizza und Bier irgendwo bei einem Meeting in einem Restaurant. Wenn man eben die nackten Informationen betrachtet, dann fängt natürlich dann bei einem erfahrenen Menschen der Kopf an zu rattern, okay, hat das in irgendeiner Form Spionageauswirkungen? Gibt es hier ein erhöhtes Spionagerisiko vielleicht bei diesem und jenem AfDler, wenn der halt eben bei diesen ganzen rechten Organisationen war? Weil es reicht halt einfach dann gegebenenfalls, wenn halt eben dann in diesen rechten Organisationen, wo die sich wieder rumgetrieben hatten, wenn halt eben dann überall die Spitzel und Agenten waren und alles Mögliche aufgezeichnet und abgehört und den Führungsoffizieren mitgeteilt haben. Wenn dieses Material dann halt eingelagert wurde und wenn dann halt der Herr so und so dann später Karriere machte in der AfD, dann könnte man solches altes Material eventuell wieder ausgraben und gegen die Person verwenden. Naja, es gab ja dann auch diese Situation kürzlich, wo dann Küssl, der Ösin-Nazi da, wo Küssl so eine Anmerkung machte über Strache und dann meinte irgendwie, ja, ja, ihr kennt Strache ja noch aus den alten Zeiten, wo Strache noch jung war und diesen Burschenschaften abgehangen war oder halt bei diesen Treffen da war. Und Küssl meinte dann irgendwie sowas, dass Strache halt damals, dass Strache damals irgendwie im privaten Bereich, also in diesen privaten Treffen, dass Strache da irgendwie total krass abgegangen wäre, ideologisch und so. Und das sei halt irgendwie fast schon belustigend gewesen für Küssl, wie Strache da abgegangen sei und vielleicht würde man das eines Tages nochmal gegen Strache benutzen, diese Informationen über damals. Ja, also vielleicht brauchen wir das nochmal gegen den, meinte Küssl. Und auch die Identitären, also gerade Sellner. Martin Sellner, der ja früher, Sellner, der früher Küssl hinterhergelaufen war und das ist ein ganz, ganz komplexes Kapitel. Und Sellner hat ja bloß mal irgendwie so ein, Sellner hat mal irgendwann so ein Video gemacht, oh, ich distanziere mich von meiner Vergangenheit, ich distanziere mich, ich glaube nicht mehr an die jüdische Weltverschwörung und das war halt einfach so eine Jugendsünde mit den Nazis, es gab halt keine andere konservative, richtig, rechte Jugendbewegung und damit ist für mich das Thema erledigt. Das ist aber eine viel, viel komplexere Angelegenheit. Und als dann die Identitären, als dann die Identitären immer peinlicher wurden für die, und problematischer wurden für die, für Straches Partei, die FPÖ, ja, da gab es dann so eine Distanzierung von den Identitären und die Identitären waren total sauer. Sellner war sauer und tönte dann irgendwie auf YouTubers, glaube ich, irgendwie, ja, wir können auch was leaken. So hörte sich das an gegen Strache, weil halt irgendjemand was geleakt hatte über diese Hakenkreuzaufkleber von Sellner damals, ja, die dann irgendwie an der Synagoge klebten oder außen am Zaun oder irgend sowas. und das wurde halt von irgendwem geleakt und dann meinte halt irgendwie Sellner so drohend, ja, wir können auch Sachen leaken. Also mit wir meinte er eher sein Umfeld, das ja auch in die Burschenschaften reinreicht, also das Milieu, wo halt sich dann auch Strache rumgetrieben hat. Auch wir können was leaken. Ja. Und das ist auch das große Problem in diesen Szenen, also nicht nur die rechte Szene, das ist generell überall in den Szenen so. Viele gehen da rein in die Szene mit hohen Erwartungen und Motivationen und Kampfgeister und so weiter und nach ein paar Jahren sind sie dann so bitter enttäuscht von dieser Szene oder von dieser jeweiligen Organisation, so bitter enttäuscht, dass dann der Wunsch da ist nach Ausstieg und Rache und einem Neustart. und so mancher Szene-Fanatiker verliert dann seine ideologische Begeisterung und dient sich dann als Selbstanbieter einem Geheimdienst an und sagt halt, oh, ich brauche Kohle und also meistens geht es dann immer darum, man will halt dann vom Geheimdienst irgendwie Kohle und am liebsten noch einen neuen Job, vielleicht sogar in Extremfällen eine neue Identität und man will auch Straffreiheit für vergangene Sünden, weil halt eben dann oftmals Leute in extremistischen Gruppen, also Mitglieder von extremistischen Gruppen sich gegenseitig erpressen. Oh, ich weiß über dies und jenes und ich habe Beweise gegen dich über dieses und jenes und wenn du mir blöd kommst, dann mache ich dich fertig und so weiter und so fort und deswegen gehen auch einige dann als Selbstanbieter zu den Geheimdiensten und wollen halt dann auch Straffreiheit oder mildernde Umstände für vergangene Verbrechen und Sünden hier heraushandeln. Ja, und viele sind dann so enttäuscht, dass sie sich rächen wollen, sich rächen wollen an ihrer Organisation, an den Führungsfiguren, von denen sie scheiße behandelt wurden, von den Führungsfiguren, von denen sie verführt wurden, in die Irre geführt wurden, aufs Glatteis geführt wurden, ja, da sind dann meistens dann immer Jahre des Lebens, die besten Jahre des Lebens draufgegangen und persönliche Beziehungen wurden ruiniert, das Verhältnis zu den Eltern wurde ruiniert, der Ruf ist ruiniert, bürgerliche, berufliche Karriere ruiniert, Geld ruiniert und so und irgendwann will man dann einfach nur noch Rache. Ja, dann hier geht's weiter bei Kalbitz. 2008 erhielt Kalbitz 2008 erhielt Kalbitz eine Mail von dem wegen Volksverhetzung verurteilten Rechtsextremisten Horst Mahler, der die NPD als Anwalt im Verbotsverfahren vertreten hat. Also ich weiß nicht genau, wie eng die Beziehung war von Horst Mahler und Kalbitz, aber in den 60er Jahren war Horst Mahler ja noch ganz links und Extremistenanwalt und Mitbegründer der RAF und so und Mahler vertrat sehr ähnliche Positionen wie die SED, pflegte Kontakte zu Vertretern der DDR und UdSSR und beteiligte sich teilweise an Aktionen, flüchtete dann auch nach Jordanien und so und nach seiner Verhaftung wurde er verteidigt von Otto Schilly und Gerhard Schröder und Gerhard Schröder ist ja so eng mit den Russen und die Springerpresse und die Terrorismusexperten Regine Igel forschen über mögliche Stasi-Kontakte Mahlers und stießen dabei zumindest auf Lob der Stasi für Mahler nicht aber auf greifbare Beweise und gab es interessante Aktendetails und Aktenvermerke und so das finden sie in dem Buch von Regine Igel in den 90er Jahren also genau dann als Moskau offiziell vom Kommunismus abkehrte und sich zunehmend eine rechtskonservative Fassade aufbaute wanderte auch Mahler nach rechts gab es ja einige die dann nach rechts wanderten unter anderem auch der Herr Jürgen Elsässer und dann hier noch von 2014 bis 15 also relativ nahe an der heutigen Zeit war Kalbitz Vorsitzender der vom ehemaligen SS-Hauptsturmführer und NPD-Funktionär Waldemar Schütz gegründeten Rechtsextremen Vereinigung mit dem Namen Kultur und Zeitgeschichte Archiv der Zeit und da brauchen Sie sich nicht wundern als AfD-Sympathisant da draußen als AfD-Wähler da draußen brauchen Sie sich nicht wundern wenn überall immer die Nazi-Keule ausgepackt wird gegen die gesamte AfD und gegen alle AfD-Wähler schauen Sie doch mal genau hin ja und schauen Sie mal ob das nicht vielleicht doch ein Problem ist wenn Leute wie Kalbitz da so erfolgreich werden in der AfD fragen Sie sich ob das wirklich zukunftsfähig ist ob das wirklich tragfähig ist in einer Gesellschaft die sich zu 80% in der eine Gesellschaft die sich zu 80% in der Mitte verortet politisch und wie ich ja gesagt habe man muss seine wichtigen Überzeugungen Grenzen zu und so weiter und so fort man muss seine wichtigen Überzeugungen nicht aufgeben um eine breitere Gesellschaft anzusprechen man muss seine Werte und seine wichtigen Punkte nicht auf den Müll kippen und verraten sondern man muss aber halt trotzdem peinlichst darauf achten dass man nicht in dieses Nazi-Fahrwasser gerät und zuvor saß Kalbitz seit 2010 mehrere Jahre unter anderem mit einem NPD-Funktionär im Vorstand dieses Vereins und dieser Schütz dieser Herr Schütz war zunächst bei der Deutschen Reichspartei und wechselte dann zur neuen NPD damals seine wichtige Bezugsperson damals war Adolf von Tadden der Gründer der NPD der später als V-Person des britischen Geheimdienstes MI6 enttarnt wurde und dieser Schütz verkaufte noch eine Zeitung eine rechte Zeitung an Gerhard Frey von der DVU ja DVU war ja auch mal eine große Nummer und seit 1951 war Gerhard Frey halt als freier Mitarbeiter für die Deutsche Soldatenseitung aktiv die in jedem Jahr von früheren Wehrmachtsoffizieren mit amerikanischer Unterstützung als NATO-Propaganda gestartet worden war in einem amerikanischen Internierungslager hatten sich der ehemalige NSDAP Kreisleiter Holland Helmut Damerau der Wehrmachtsoberst und Landrat von Stendal Heinrich Netloff von Kalben der Oberst der Waffen-SS Joachim Ruhoff und der General der Waffen-SS Felix Steiner im Jahr 1950 bereit erklärt eine Zeitung zu fabrizieren für einen Zitat antikommunistischen also antikommunistischen deutschen Verteidigungsbeitrag und Werbung für einen NATO-Beitritt der Bundesrepublik Geld dafür für diese Zeitungsunternehmungen und anderen Unternehmungen Geld dafür kam von der CIA das Blatt wurde später also von dem amerikanischen Geheimdienst CIA Central Intelligence Agency das Blatt wurde später zu Freis Nationalzeitung dann im März 2016 wurde nach zunächst gegenteiligen Behauptungen bekannt dass Kalbitz den ehemaligen Neonazi Alexander Salomon aus Cottbus der zuvor knapp zwei Jahre NPD-Mitglied war im brandenburgischen Landtag als Mitarbeiter beschäftigte Kalbitz räumte ein von Salomons Neonazi Vergangenheit gewusst zu haben alles nur Jugendsünden ich habe mit ihm ein klärendes Gespräch geführt ich kann ihm seine Jugendsünden nicht vorhalten das ist somit der Fall ist somit erledigt und ja und dann gibt es hier noch eine Querverbindung zu Götz Kubitschek Kubitschek ist ein Unterstützer der russlandfreundlichen identitären Bewegung des Kompaktmagazins die ganze neue rechte Szene Kompaktmagazin dessen Chefredakteur Jürgen Elsässer in den 90er Jahren noch strammer antideutscher Kommunist war heute aber eine Querfront für Moskau bewirbt und so weiter und so weiter und da gibt es noch mehr und mehr und mehr und mehr hier ist noch ein Beitrag auf recenter.com Putins Pädoagenten und führende Neonazis in Sachsen in den 1980er Jahren und 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 zuerst ist mir mal aufgefallen hier Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU hatte sich im Wahlkampf scharf distanziert von der AfD und sogar von führenden Vertretern der CDU Werte Union Werte Union gerade die AfD sei zu radikal für eine Koalition und er muss sich jetzt bei einem Wahlergebnis von knapp über 30% nach fragwürdigen linken Koalitionspartnern umsehen in seiner Russland Verbundenheit in seiner Russland Verbundenheit ist Kretschmer aber genauso radikal wie die AfD so hat er den russischen Präsidenten Wladimir Putin kürzlich nach Dresden eingeladen wo Putin einst als KGB Agent arbeitete und sowohl pädophile Agenten als auch führende Neonazis benutzte also Kretschmer will die Sanktionen gegen Russland loswerden und der Pipeline Nord Stream 2 die Hindernisse aus dem Weg räumen wie kann er einem Diktator so weit entgegenkommen vor allem noch einem Diktator der sich als Mischung aus Stalin und Zaren inszeniert wie kann man einem solchen Diktator so entgegenkommen und gleichzeitig die AfD für zu radikal halten Kretschmers einzige verbleibende Koalitionspartner die SPD und die Grünen wurden heftig unterwandert von KGB und Stasi über den Ex-Kanzler und Putin Kumpel Schröder wurde schon genügend berichtet aber noch lang nicht alles während eine Studie die die Grünen selbst in Auftrag gegeben hatten zeigte dass die Stasi die westdeutschen Grünen stark infiltriert hatte der KGB übrigens auch und so verrückt ist die politische Lage und kurz nach seinem Abschied aus Dresden also kurz nach Putins Abschied aus Dresden damals enttarnte der deutsche Verfassungsschutz Putins konspiratives Agentennetz das auch nach dem Mauerfall Moskau eigentlich mit Top-Informationen beliefern sollte also das war ganz ganz wichtig hier man wollte also man 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 sah halt zu wie die DDR unterging Moskau zog die Panzer ab aber man wollte ein dichtes 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 Spionagenetz äh dichtes Spionagenetz zurücklassen in Ostdeutschland ja und ähm und 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 manche Teile von diesen Stasi Netzwerken äh manche Teile von diesen Stasi Netzwerken wurden enttarnt andere Teile aber nicht und diese anderen Teile sind anscheinend immer noch aktiv und werden immer noch von Moskau geführt und diese Stasi beziehungsweise oder ehemaligen Stasi Agenten jetzt Russen Agenten die infiltrieren alles mögliche also die infiltrieren nicht nur die AfD oder Versuchungs zumindest die versuchen wahrscheinlich auch die Linke zu infiltrieren die versuchen zu kontrollieren versuchen auch die CDU zu kontrollieren versuchen die SPD zu kontrollieren die Grünen das ist auch so eine Sache die viele Rechtskonservative und AfD nicht verstehen es sind nicht nur Westdienste also vor allem amerikanische Dienste oder israelische Dienste die hier versuchen die großen Altparteien Deutschlands zu infiltrieren zu kontrollieren nö es sind auch Geheimdienste aus dem Osten also vor allem russische Geheimdienste die versuchen die CDU zu infiltrieren die SPD die Grünen und so weiter also und und der Verfassungsschutz konnte damals nicht einfach deswegen Putins Netz enttarnen weil der Verfassungsschutz irgendwie ein weil der Verfassungsschutz jetzt irgendwie ein fähiger Geheimdienst gewesen wäre sondern es gab halt einfach einen Überläufer einen Herrn Zugrold aus der Hotelbranche der Erpressungsmaterial beschaffen sollte über wichtige Leute und Putins damaliger Lieblingsagent Putins damaliger Lieblingsagent Georg S dem die Vergewaltigung zweier minderjähriger Mädchen aus Spaß an der Freude vorgeworfen wird und der keine Konsequenzen zu tragen hatte oder es gab auch keine richtigen Ermittlungen warb Zugrold ursprünglich an und das eine Mädchen soll um die zehn Jahre gewesen sein Putins Leute führten auch den Neonazin Rainer Sonntag der zum engen Vertrauten der Neonazi Führungsfigur Michael Kühnen wurde und Kühnen den haben wir ja schon besprochen Kühnen knüpfte an amerikanische Neonazi Gruppen an die vom FBI unterwandert waren und es gab dann diese Befürchtungen Kühnen diese Befürchtungen ja Kühnen selbst könnte für einen Geheimdienst Kühnen selbst könnte für einen Geheimdienst arbeiten also die Stasi nochmal die Stasi war überzeugt Kühnen arbeitete für den Verfassungsschutz ja und holte sich Informationen aus allen möglichen Quellen und Kühnens Anhänger beinhalteten auch Gottfried Küssl den Österreicher dem ein junger Martin Sellner hinterher lief und Sellner gründete dann die Identitären also eine Abspaltung oder eine ähnliche Gruppe wie die französischen ursprünglichen Identitären und die französische Szene ist auch total unterwandert von französischen Diensten aber auch amerikanischen Diensten und die Identitären sind heute begeistert also die Identitären sind heute begeistert von der Eurasien Literatur von Alexander Dugin pflegen entsprechende Verbindungen zu irgendwelchen Russen und so also hier wir haben den KGB Putin war ja KGB und der KGB in der DDR warb teilweise Leute an die eigentlich Stasi Agenten waren und sagte denen dann auch okay ihr arbeitet jetzt primär für den KGB nicht primär für die Stasi und dann warb man irgendwelche Neonazis an und die waren dann an irgendwelchen anderen Neonazis dran und der eine arbeitet dann irgendwie wahrscheinlich für den Verfassungsschutz und das FBI steckt da irgendwie noch mit drin und 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 so weiter und so weiter und so weiter ja mithilfe des KGB baute dieser Sonntag eine blühende Neonaziszene auf in Dresden nach der Wende kehrt dann Sonntag nach Dresden zurück wo er als Anführer der deutschen Alternative so hieß die Gruppe damals deutsche Alternative wo er den schwer erkrankten Kühnen vertrat er gründete dort auch den nationalen Widerstand Dresden NWD und diese deutsche Alternative war eine Neonazi Kleinpartei in der Bundesrepublik gewesen wurde 1989 gegründet wurde dann ein paar Jahre später verboten also diese Gruppe war aktiv beteiligt im Aufbau von Wehrsportgruppen an der Organisation und Durchführung der Rudolf-Hess- Gedenkmärsche und organisierte Nazi-Skin-Konzerte Oh, du gehst auf ein Nazi-Konzert Oh, scheiße, der Geheimdienst war schon vorher da und weiß eh alles über alle Du gehst zu einem Rudolf-Hess-Gedenkmarsch Oh, scheiße, der Geheimdienst oder mehrere Geheimdienste waren schon vorher da und wissen dann schon alles und haben dich auf dem Schirm und durchleuchten dich Du gehst zu einer Wehrsportgruppe Oh, scheiße, die Geheimdienste waren schon vorher da und wissen dann alles über dich Gehst zu irgendeiner rechten kleinen Partei Oh, shit, der Geheimdienst weiß alles und durchleuchtet alles Und hat Leute da drin Dann auch in Südtirol Also bei diesen Südtiroler Rechtsextremen Diese Befreiungsbewegungen, wo man dann mit Terror halt eben an Südtirol zurückholen wollte Auch da waren Auch da waren Neon Also halt waren diese Diese rechten Typen dann zum Teil Stasi-Agenten Und dieser Ordfried Hepp Ja, Rechtsterrorist Aber auch Stasi-Mann Der sagte in einem Interview 1983 folgendes Zitat Im Anti-Imperialistischen Kampf Also gegen Amerika und so Haben wir nur eine Chance, wenn die Rechtesten und die Linkesten zusammenkommen Zitat Ende Also das klingt wie diese heutigen Querfront-Bemühungen Heute liebäugeln russlandfreundliche Politiker aus dem rechten AfD-Flügel mit einer Querfront Aus anti-amerikanischen Linken und Rechten Björn Höcke drohte bei einer Kompaktkonferenz kürzlich mit der Forderung nach einer Querfront aus Ost-AfD Beziehungsweise Flügel-AfD mit pro-russischen Linken Weil andernfalls die AfD mit einem rechtssozialistischen Kurs die ganzen Wähler affischen würde Na dann sind wir mal gespannt Dann sind wir mal gespannt Und meistens wird dann Wird dann von Leuten aus der Szene Eine tiefere geheimdienstliche Betrachtung komplett abgelehnt Man blockt das ab mit billigen Sprüchen Also man sagt dann Man kann doch nicht paranoid sein Und das ist doch bloß Paranoia Und man kann doch nicht hinter jeder Ecke einen Agenten oder V-Mann vermuten Man dürfe sich nicht einschüchtern lassen Sich nicht abhalten lassen, irgendwas zu tun Und so weiter und so weiter Also meistens wird das dann einfach so abgeblockt Oder es kommt dann der Gegenvorwurf Das wäre doch Spalterei Wenn man hier den Verdacht auf Leute lenken würde Oder was man auch immer wieder hört Ja, aber man kann auch nicht letztendlich 100% beweisen Dass jetzt Person so und so ein Agent ist Wobei man es ja auch nicht 100% beweisen muss Es langt ja schon mal, wenn man eine Einschätzung macht Und dazu in der Lage ist Und dann vielleicht zum Schluss kommt Okay, Person XYZ ist jetzt einfach ein zu hohes Risiko Ja, und deswegen sollte man vielleicht Dieser Person nicht einfach so vertrauen Vor allem nicht blind vertrauen Und dann gibt es halt diejenigen Die halt dann irgendwie glauben, dass Gewöhnliche rechtsextremistische Literatur Und gewöhnliche Verschwörungsliteratur Dass das so die heilige Bibel sei Und dass der goldene Weg sei Um irgendwie die Ziele zu verwirklichen In der Rechtsextremen Aber auch bei dieser Literatur Waren die Geheimdienste schon zuerst da Und definierten diese rechtsextreme Literatur Und Verschwörungsliteratur Und es ist längst an der Zeit Eine richtige Neubetrachtung der Geschichte zu machen Wie ich in meinen Büchern Es ist längst an der Zeit Hier die Geheimdienst-Situation Im Zweiten Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg aufzuklären Und so weiter und so fort Also man kann da durchaus eine Neubetrachtung Der Geschichte vornehmen Und zu völlig neuen Erkenntnissen gelangen Die Deutschland Wirklich Erkenntnisse, die Deutschland wirklich Beflügeln können Und befreien können Und Erkenntnisse, die wirklich gesund sind Und vernünftig sind Und auch dann Einen vernünftigen Effekt haben Erkenntnisse, die Die meisten Deutschen Zusammenbringen Also Erkenntnisse, die die Leute Wirklich zusammenbringen Statt krass auseinanderzudepidieren Und wir sehen ja immer wieder Dass halt Wir sehen ja immer wieder Dass halt Die typischen Leute In der rechten Szene Dass sie einfach immer nur diese Immer die gleiche Typische Literatur konsumieren Und wir sehen ja auch immer wieder Das ist ja immer wieder Und wir sehen ja immer wieder